Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 197, heute wieder als spezielle Sommerlage mit unserem beliebten Format Ask Me Anything. Ihr könnt uns alles fragen an den Mikrofonen, wie in jeder Woche, Ulf Burmeier, das bin ich, Jurist aus Berlin und am anderen Ende der Leitung. Philipp Banzer, ganz herzlich willkommen auch von mir. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hatten das ja schon angekündigt, wir sind noch ein paar Tage in der Sommerpause, Ende Juli geht es weiter. Bis dahin wollen wir euch aber nicht völlig alleine lassen und haben gedacht, ja, weil immer mal wieder Fragen auch in den Kommentaren und bei der Lage live und in E-Mails und so an uns herangetragen werden, die wir so in der normalen Lage eigentlich nicht beantworten können, weil sie damit eigentlich nichts zu tun haben. Haben wir gedacht, es wäre mal ein schönes Format, wenn wir diese Fragen eben in so einer Sommerlage mal beantworten. Und deswegen hatten wir ja darum gebeten, ein E-Mail zu schicken an armeidlagerdernation.org. Das haben eine ganze Menge Leute von euch gemacht und wir dachten, wir gehen das jetzt einfach mal durch. Wir schauen uns die Fragen an, so wie wir das bei der Lage live aufmachen und gucken, was wir beantworten. Werbung. Die Welt der Weine ist ja wirklich spannend, aber auch ziemlich kompliziert, denn die Auswahl an Weinen ist schier unüberschaubar. Um es euch ganz einfach zu machen, haben die Weinexperten von Weinfürst hochwertige Weine mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis für euch zusammengestellt. Auf weinfürst.de erhaltet ihr jetzt als Neukunde oder Neukundin mit dem Gutscheincode LDN bereits ab 60 Euro Warenwert einen Rabatt von 30 Euro. Entdeckt also euren neuen Lieblingswein, ein Probierpaket oder ein Sparangebot und löst euren Gutschein LDN ganz einfach im Warenkorb auf weinfürst.de ein. Und sollte euch doch mal ein Wein nicht schmecken, bekommt ihr unkompliziert euer Geld zurück, so das Versprechen. Jetzt zu weinfürst.de schrägstrich LDN. Werbung. Genau, und es sind halt einfach wirklich so viele spannende Fragen dabei, dass wir uns gedacht haben, wir machen da einfach mal zwei Folgen draus. Dann ist es auch für euch so ein bisschen anregender vielleicht und für uns auch insofern. Aber wir starten jetzt mal mit der ersten Frage. Caroline hat uns geschrieben und Caroline fragt, wie entsteht eigentlich eine Folgelage der Nation? Philipp, wie entsteht eine Folge? Ich würde sagen, so ganz im Kern ist es so, erst mal mit dem Durchatmen, wenn die eine raus ist. Das ist schon mal das Erste. Das fühlt sich immer ziemlich gut an. Ja, das ist immer ein guter Moment und dann gibt es auch mal einen Tag Pause, wo ich denke, jetzt lese ich mal nichts und jetzt entspannen wir mal und so. Aber dann ist es eigentlich schon so, dass ich relativ schnell auf meinem Smartphone in Google Docs ein neues Doc anlege. Was da heißt LDN 100, was auch immer, you name it, 97, 96 und ja anfange, weiß ich auch nicht, dann mal ein Stichwort reinzuschreiben oder mal eine Überschrift oder irgendein Thema, was wir auf jeden Fall machen oder irgendein Argument, was ich irgendwo lese oder höre, was ich denke, ach das müssen wir, sollten wir irgendwie, das will ich nicht vergessen. Da muss man mit Ulf zu überreden und dann so, dass da so eine Art Vorstrukturierung irgendwie sich ansammelt. Ja, ich finde, eigentlich fängt die Vorbereitung der Lage ja noch einen kleinen Tick früher an, nämlich tatsächlich beim Lesen. Das klang bei dir jetzt auch so an, also in einem Google Doc sammeln wir ja Stichworte für die Sendung, also die Sendung ist nie geskriptet oder so, also da steht normalerweise nicht Ulf sagt, Philipp sagt, sondern die Sendung, dieses Doc, die Grundlage für die Sendung ist eben eine Gliederung. Ja, das heißt, da gibt es große Überschriften und darunter dann Stichworte und dann häufig auch irgendwie noch Untergliederungen, um einfach so ein bisschen eine logische Struktur in die Sendung zu bringen, aber da steht eben nicht, wer was sagt und da stehen nur die wesentlichen Punkte drin, die wir sagen wollen, aber das fällt natürlich nicht vom Himmel. Also das, was da drin steht, das ist so eine Mischung aus, wir lesen einfach so Zeitung und dann fallen uns Dinge auf und die schreiben wir in dieses Doc als Stichwort rein, das macht vor allem Philipp oder wir sammeln die Stichworte in einem Slack, Slack kennen vielleicht viele von euch, das ist so im Grunde so eine Art Chatformat, wo man in verschiedenen Kanälen diskutieren kann und wir benutzen das vor allem dazu, dass wir halt einfach Links sammeln, wenn wir irgendwelche interessanten Artikel finden in der Zeitung oder auf Twitter oder so, dann packen wir die in dieses Slack. Und dann gibt es, das heißt also die Lage besteht im Wesentlichen aus dem, was wir selber lesen über die ganze Woche und uns dann merken, entweder gleich im Doc oder im Slack und dann kommt die Lage eben zustande über eine Recherchesitzung, sage ich mal. Das heißt Philipp und ich setzen uns zusammen, wir versuchen das, wenn es irgendwie geht, live zu machen, also wirklich quasi uns an dem selben Ort zu treffen. Manchmal machen wir es aber auch, wenn einer im Urlaub ist zum Beispiel, indem wir uns zusammenschalten und dann ergänzen wir beide dieses Google Doc und strukturieren das, versuchen uns zu überlegen, was sind so die Punkte, die uns besonders wichtig sind. Und dann entsteht in einigen Stunden dieses Google Doc, würde ich denken, kann man sagen, so als Grundlage einer Sendung, als grobe Struktur für eine solche Folge. Und dann verteilen wir manchmal so ein bisschen die Themen, da muss hier nochmal was geklärt werden, da kümmerst du dich drum und ja, okay, ich übernehme dann mal das. Und dann gehen wir halt wieder auseinander und dann recherchiert jeder nochmal vor sich hin und man hat so ein bisschen besprochen, in welche Richtung das gehen soll, was für Infos da uns noch interessieren und was da noch so fehlt. Und dann, ja, füllt man sozusagen die Lücken und wir haben auch dann, wir reden natürlich auch, welche Themen wir machen und welche wir auch nicht machen und warum und so. Und das sind eigentlich für mich manchmal so fast mit die schönsten Momente, weil man einfach merkt, es sind nur wir beide. Weißt du, es ist niemand da, der irgendwie von uns verlangt, wir müssten irgendwas machen. Es gibt viele Vorschläge von euch, es gibt auf Twitter, überall kommen sie da, macht doch mal hier, macht doch mal da, klar, kann man drüber reden. Ist ja auch wertvoll, ne? Formatiert die so ein bisschen um, dass sie halt schön in diesen Blogpost passen und Chiara sortiert die dann nochmal inhaltlich und macht das alles ein bisschen schön, nimmt Doppelung raus und so. Das ist auch nochmal ein Sack voll Arbeit und dann landen halt auf diesem Wege all die Sachen, die wir lesen, in den Shownotes und sind so ein bisschen nachvollziehbar für euch. Genau, das ist so im Kern und dann setzen wir uns halt am Tag zusammen, machen nochmal ein bisschen Feinschliff, gucken nochmal hier, gucken nochmal da, nehmen vielleicht nochmal ein Interview auf und dann legen wir los. Und ich schneide das dann hinterher immer nochmal so ein bisschen, aber das ist wirklich so ein bisschen kosmetisch, mal ein Huster raus oder irgendwie ein Versprecher oder wo wir dann hinterher gemerkt haben, ach das war falsch, das muss raus, also sowas. Aber im Kern wird da nicht mehr viel gemacht. Nee, also insbesondere, dass wir irgendwie ganze Minuten schneiden, das kommt nicht vor, sondern es ist wirklich nur im Wesentlichen so ein bisschen Audio aufpolieren. Genau, das war die Frage von Carolin und direkt im Anschluss daran und zufälligerweise auch direkt danach eingetrudelt bei uns die Frage von Achim. Achim fragt nämlich, wie sieht euer berüchtigtes Lagepad genau aus? Ja, wir haben es eben schon so kurz angedeutet, es ist ein Google Doc, weil man einfach, wie wir die Erfahrung gemacht haben, dass man Google Docs relativ gut tatsächlich gemeinsam bearbeiten kann und also, dass quasi zwei Menschen zur selben Zeit am Dokument arbeiten und das besteht halt aus der großen Überschrift Lage der Nation Folge so und so, vom so und so finden, dass wir uns da nicht versprechen bei der Anmoderation und dann große Überschriften und darunter Spiegelstriche, die dann eben häufig noch so verschiedene Gliederungsebenen aufweisen. Also zum Beispiel, das ist so ein Ding, das mir besonders wichtig ist, dass wir versuchen, da eine logische Gliederung reinzubringen, beispielsweise, wenn wir irgendwie darüber reden wollen, dass es bestimmte Argumente gibt zu einem bestimmten Thema, ja, dann würde ich da die Überschrift hinschreiben, der Thema so und so ist umstritten und dann würde ich einen Spiegelstrich darunter machen pro, ja, und dann nochmal wieder eingerückt zwei, drei pro Argumente und dann wieder zurück contra und dann wieder eingerückt nochmal so, ne. Also, dass man einfach in diesem Pad möglichst schnell schon sieht, wie die logische Struktur dessen ist. Häufig ist es so, dass Philipp einfach quasi die Sachen schon mal vorrecherchiert, so unter der Woche hat Philipp, denke ich, da den größeren Anteil an unserem Pad und ich versuche dann vor der Sendung das nochmal so ein bisschen durchzupflügen, ne, Sachen rauszuschmeißen. Ja, das ist ja auch ein bisschen immer so eine Arbeit, ne, wenn ich da was reinschreibe und mir Sachen denke und so oder so mache, dann sind das ja erst das ja auch so ein Input an dich und wenn du dann halt nochmal darüber gehst und das ordnest, dann ist das ja auch nochmal so ein Aneignen, Verstehen, Ordnen, Aussortieren, also das ist wie so ein asynchroner Diskussionsprozess eigentlich manchmal. Ja, genau, ne, so würde ich das auch beschreiben. Genau, was haben wir noch? Ja, was noch auch, noch eine schöne Frage finde ich, wie viel Zeitaufwand beansprucht die Recherche, das passt inhaltlich so dazu, Fragen ist leer. Ja, also ich kann das nicht nur von mir sagen, also dieser Produktionstag ist, also wenn es der Freitag ist, ist das der Freitag, der ist von morgens bis abends weg, dann gibt es schon viele Stunden, die man so liest, die ich so lese, wo man telefoniert, nochmal mit Leuten redet und dann ist natürlich auch immer noch so ein bisschen Verwaltung, Kommunikation, Pipapo da, also das sind schon, ich würde schon sagen, drei, vier Tage bei mir in der Woche. Also bei mir ist es schon deutlich weniger, ne, weil, also bei mir ist es halt, ich lese natürlich auch wahnsinnig viel Zeitung, aber das ist halt, das ist ja jetzt für mich nicht so lagespezifisch, ne, ich würde ja sowieso Zeitung lesen, keine Ahnung, zum Frühstück und abends nochmal irgendwie, wenn man ins Bett geht und so, Zeitung oder Twitter oder so, das, das lese ich sowieso. Ansonsten ist es bei mir halt vor allem der Tag, wo wir aufnehmen, ne, das sind vielleicht so, ich sag mal grob, wo wir uns zusammensetzen, drei Stunden plus minus, wo wir das Pad nochmal bearbeiten, dann ist es ja meistens so ein bis zwei Stunden Aufnahme, wenn wir noch ein Interview führen und so, dauert es noch ein bisschen länger. Also insofern ein, ich würde auch denken, es ist so ein Arbeitstag etwa die Woche, weil bei mir ja noch die Kommentarmoderation dabei, dazukommt, ne, das mache ich natürlich kontinuierlich hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, aber ich denke, alles in allem ist es bei mir etwa ein Arbeitstag, so wäre meine Schätzung. Dann war hier noch eine Frage, die ich irgendwie so ganz spontan interessant fand, was wir, ich Leuten raten würden, jetzt Abiturienten, die den Berufsjournalisten haben, da würde ich sagen, da hatte ich neulich auch so eine Diskussion mit schon ein bisschen erfahreneren Journalistinnen, aber irgendwie auch noch Berufsanfängerinnen und so. Und ich würde immer sagen, es war noch nie so einfach Dinge auszuprobieren, also sicherlich Praktika machen, das ist immer eine gute Idee und das ist völlig egal, ob jetzt beim Spiegel oder bei der Regionalzeitung oder der Kreiszeitung, bei der Kreiszeitung kann man im Zweifel mehr machen, das sagen alle, da könnt ihr rumlaufen, da könnt ihr sofort schreiben, da könnt ihr sofort Erfahrungen sammeln, aber es war halt auch noch nie so einfach selber zu publizieren, ohne irgendein anderes Medium dazwischen. Instagram, Twitter, sei es Facebook, Blog, YouTube und wenn jemand, weiß ich nicht, irgendwie zum Radio kommt und ich bin da und soll einstellen oder der kommt zum Podcast und will einen Podcast machen und hat irgendwie ein Studium schon hinter sich und so und ich frage dann ja und hast du denn mal probiert einen Podcast aufzunehmen und die Antwort ist nein, dann werde ich schon ein bisschen misstrauisch. Also da muss man schon ziemlich gut erklären können, warum man 2020, wenn man sich denn für Radio interessiert und Journalismus noch nie und den Berufswunsch hat, vielleicht einen Podcast zu machen oder ins Radio zu gehen noch nie einen Podcast aufgenommen hat, das muss man schon erklären können. Also das Ding muss nicht erfolgreich sein, darauf kommt es nicht an. Das muss auch nicht ewig gedauert haben und 300 Folgen haben, aber man muss zumindest mal versucht haben, wie ist denn das eigentlich und so ein paar Erfahrungen gesammelt haben, weil das war noch nie einfacher als jetzt. Irgendwie Sachen zu produzieren, einen Newsletter aufzusetzen. Es gibt Journalisten, die verdienen und Journalistinnen, die verdienen ihr Geld damit, dass sie einmal in der Woche Newsletter schreiben, für den ihre Leser, Leserinnen einen Euro einwerfen. Und eine Newsletter zu schreiben zu irgendeinem bestimmten Thema, das ist nicht so komplex. Wenn einem das interessiert. Ja, genau. Also da einfach, egal welches Nerd-Thema, so wie nischig das ist, egal. Wenn das dein Thema ist, vor das du dich interessierst, dann finde ich, ist das auf jeden Fall ein Versuch wert. Und dann einfach versuchen, Praktika zu machen. Einfach bewerben, Brief schreiben und dann auch sagen können, ja, ich mache hier schon meinen Blog oder ich betreibe hier den Twitter-Kanal zum Thema X oder das Instagram-Ding oder whatever, den YouTube-Kanal und dann ist die Chance auch nicht schlecht, dass man ein Praktikum bekommt. Ja, also das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also früher, keine Ahnung, als ich Abi gemacht habe, zum Beispiel, Philipp, als du Abi gemacht hast, da war das eben mir wirklich schwierig, journalistisch tätig zu sein, außer eben in einem klassischen Medium. Da gab es immer so ein bisschen dieses Problem, wie kriegt man das allererste Praktikum. Die einzige Ausnahme war irgendwie so die Schülerzeitung oder Schülerinnenzeitung, was man immer schon mal machen konnte. Dieses Argument zählt heute nicht. Also heute wird man, finde ich, völlig zu Recht gefragt, na, was hast du denn schon gemacht, so wie Philipp das gerade schon geschildert hat. Und deswegen, glaube ich, ist das tatsächlich die zentrale Frage, was hat man denn schon gemacht? Und man kann ja eben ganz viel machen. Man kann Audio machen, man kann quasi Print machen, indem man was bloggt. Man kann auch Videos machen und die auf Insta stellen und so. Ich glaube, das ist, glaube ich, so der zentrale Tipp, sich ein kleines, in Anführungsstrichen, Portfolio zusammenzustellen von journalistischer Arbeit. Und dann, wenn das gut ist, denke ich, hat man auch nicht so ein Riesenproblem, Praktikum zu bekommen. Genau, vor allen Dingen ausprobieren. Ausprobieren muss man, was man jetzt mag. Mag man eher Bild, mag man eher Ton, mag man beides, eine Kombination davon. Steht man lieber vor der Kamera oder hinter der Kamera, recherchiert man lieber und lässt das andere präsentieren. Ist man eher so ein Zahlenmensch, der sich so reingräbt und was ausgräbt, aber nicht in der Öffentlichkeit groß wirkt und so. Also, da muss man viel probieren und da gibt es genug Möglichkeiten. Genau. Bei der Gelegenheit kann man noch dazu sagen, wir bieten keine Praktika und auch sonst keine Ausbildung an, einfach weil wir keinen festen Redaktionsalltag haben. Also, wir kriegen mal wieder Bewerbungen und es tut uns immer total leid, wenn die Leute sich da Mühe gemacht haben, kann man bei der Gelegenheit mal ausdrücklich sagen, Lagepraktikum gibt es leider nicht und zwar, weil wir einfach nicht die Möglichkeit haben, euch zu betreuen. Und einfach nur auf dem Papier macht das auch keinen Sinn. Es gibt ja keine Lage Redaktion, wo ihr irgendwie zu Gast sein könntet. Wir haben das auch schon mal ausprobiert, das hat überhaupt nicht funktioniert. Insofern, bitte, bitte, bitte keine Bewerbung schicken, denn das ist einfach nur vergebliche Liebesmühe. Cannabis legalisieren? Auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Absolut. Also, no brainer. Voll die Geldverschwendung. Ja. Sagen wir mal. Punkt. Ja, also ich finde es eine totale Geldverschwendung. Ich glaube, das sehen sogar die allermeisten Polizistinnen und Polizisten so. Jedenfalls die, mit denen ich so spreche, sagen auch, was ein Quatsch, dass wir da verheizt werden, irgendwie um sinnlos im Girlie irgendwelche Migrantinnen durch die Gegend zu schicken oder durch die Gegend zu jagen. Also, das ist wirklich ein Bereich von, ich sage jetzt mal etwas böswillig synthetischer Kriminalität. Also, wir stellen irgendwas unter Strafe, was überhaupt nicht strafwürdig ist und wundern uns dann, dass die Leute es trotzdem tun. Also, ich persönlich habe ja noch nicht mal eine Zigarette geraucht, ja, geschweige denn Joint. Also, ich persönlich habe null Interesse daran, aber ich sehe einfach gesellschaftlich, dass das ausschließlich Probleme macht. Das kostet Stunden bei der Polizei, das kostet Aufwand bei der Staatsanwaltschaft, bei den Gerichten. Das führt einfach nur zu Leiden an allen Ecken und Enden. Ich finde, sauberes Cannabis in der Apotheke, why not? Soll so reguliert werden, wie man auch Alkohol regulieren kann. Genau, oder Tabak oder so. Oder Tabak und klar ist das für Jugendliche monster schädlich und so. Da gibt es das eben erst ab 18. Ja, genau. Oder manchmal auch ab 21. Dass das schädlich ist und manchmal auch therapeutisch wirksam und so, aber im Grunde genommen jetzt eine Droge ist mit allen Nebenwirkungen, die Drogen eben so haben können, geschenkt. Deswegen muss man es regulieren. Dazu sind wir in der Lage als Staat, wir machen das an tausend anderen Ecken auch. Regulieren und kontrollieren, ja, und der Witz ist halt einfach auch, insofern ist die Frage schon wirklich sehr spannend. Wir leben in Deutschland häufig in dieser Illusion, wenn man etwas verbietet, dann gibt es das nicht mehr. Und so läuft es halt einfach nicht, ja, ganz im Gegenteil. Also gerade in diesem Bereich, so viel Polizei kannst du gar nicht auf die Straße schicken, dass die Leute nicht mehr kiffen. Das ist also jedenfalls auch in meinem Bereich, ja, also ich bin ja wirklich umgeben von Menschen, die bürgerlich sind bis in die Haarspitzen oder allenfalls, ja, Künstlermilieu sowieso. Oder kreativen Milieu ist es sowieso, aber selbst die ganz bürgerlichen bis hin in die Justiz rauchen hier und da mal ihren Joint, ja. Also insofern, ja, also das versteht einfach kein Mensch, wieso das eigentlich verboten ist. Ich kenne ehrlich gesagt nur einen einzigen Richterkollegen, der wirklich hart ist gegen die Cannabis-Legalisierung. Es gibt bestimmt ein paar mehr, aber ich habe im persönlichen Gespräch erst einen einzigen kennengelernt, der sagt, Cannabis muss verboten sein. Ja, was haben wir hier noch? Genau, was studieren, also zum Beispiel wollten wir schon immer studieren, was wir studieren haben. Philipp, wie war das bei dir? Ja, ich bin da so ein bisschen, glaube ich, einfallslos so reingetapst. Also ich habe ja Geschichte Russisch und Politik studiert. Politik und Russisch haben mir gut gefallen. Geschichte würde ich jetzt nicht nochmal machen. Weiß nicht, was ist die Frage, was wir studieren wollen würden, wenn wir nochmal könnten oder so? Ja, und ob wir immer schon wussten, was wir studieren wollen? Die Frage kommt jetzt von verschiedenen Leuten. Ja, ehrlich gesagt, ich wusste es auch nicht, als ich studiert habe, was ich studieren will. Sagen wir es mal so, wenn ich es heute nochmal machen würde, ich würde einfach Politik im Hauptfach machen und VWL wahrscheinlich noch dazu und eine Sprache. Ich glaube, sowas würde ich machen und das, weiß nicht, warum ich das damals nicht gemacht habe. Faulheit, andere Probleme, keine Ahnung. Bei der Gelegenheit, Philipp, wo es hier schon quasi um unsere persönliche Geschichte geht, die Frage, wie wir uns kennengelernt haben, die kommt immer wieder und die ist auch einfach sehr schön. Genau, gibt es auch, gibt es, ist sogar dokumentiert im Internet. Ja, in diesem Internet kann man das nachlesen und sogar sehen, da gibt es ein Foto. Ich habe ja mit anderen Kollegen zusammen ein paar Jahre das Küchenradio gemacht, gibt es auch heute noch online, küchenradio.org und da sind wir halt immer durch die Stadt gelaufen, haben Leute interviewt und irgendwie Erlebnisse gehabt. Und eines davon war eben auf dem Chaos Communication Kongress vor einigen Jahren, als er noch im Berliner Kongresszentrum am Alexanderplatz stattgefunden hat. Und genau, da haben wir uns dann irgendwann mit Konstanze Kurz und dir in einen fensterlosen Raum unter der Treppe gesetzt, glaube ich, war das? Das war hart, ja, der Raum war krass. Und haben halt, wie das so war, ein Küchenradio aufgenommen und ich glaube, da haben wir uns zum ersten Mal so richtig kennengelernt und haben danach einfach so, wie das so ist, Kontakt gehalten. Ja, genau, denn der Abend ging nämlich auch sehr schön weiter, weil der Mit-Podcaster von Philipp, der da mit dabei war, nee, der war nicht dabei, aber ein Mit-Podcaster vom Küchenradio hat nämlich an dem Abend eine große Party geschmissen. Und zwar vor allem ein großes Essen, weißt du noch, in seiner Wohnung hier, Sinida in Schöneberg. Und genau, und das war wirklich ein wunderschönes Format, weil die eine große Runde eingeladen haben. Ich würde mal so sagen, so 30, 40 Leute, Freunde, eine riesengroße Tafel, die hatte bestimmt so acht Meter Kantenlänge in so einer großen Berliner Altbauwohnung. Und jeder konnte was mitbringen, es war also einfach ein wunderbares, riesengroßes Buffet. Wir saßen alle um diesen großen Tisch rum und da war eigentlich Philipp eingeladen und der hat mich einfach spontan mitgeschleppt nach dieser Aufnahme, weil wir uns irgendwie gut verstanden haben. Und so haben wir den Abend dann weitergequatscht, genau, und Philipp hat mich dann irgendwann nach Hause gebracht. Und ja, und da, so haben wir uns dann eben wirklich ein bisschen kennengelernt und dachten, ja, sehen wir uns dann mal wieder, ne? Und genau, habt ihr regelmäßig Absatz vom Podcast-Kontakt, also wir hatten ja gerade, vorgestern, habe ich für dich gekocht. Genau, ich hatte Geburtstag vor drei Wochen etwa, also Anfang Juni habe ich Geburtstag, wir senden das ja ein bisschen später. Aber wir nehmen das jetzt, wir nehmen das heute auf am 18. Juni, also ich hatte vor, aber dann Anfang Juni Geburtstag und Philipp hat mir zum Geburtstag eine Einladung geschickt, geschenkt zu einem Dinner bei sich daheim. Genau, und da haben wir einfach Dienstagabend bei Philipp gesessen und es war ein Fest, kann ich sagen. Ja, es war viel und lecker. Viel und sehr gut. Also ich finde, das kann natürlich, könnte immer noch mehr sein, finde ich, so, dass wir uns so unter der Woche sehen, aber tun wir schon. Vorbilder, Philipp, haben wir Vorbilder? Vorbilder. Fragt Nikolas, Nikolas hat eine Reihe Fragen gestellt, unter anderem, ob wir Vorbilder haben. Fällt dir spontan jemand ein? Vorbild? Vorbild? Das ist ein bisschen… Schwierig, ne? Das ist schwierig. Also es gibt immer wieder Menschen, die mich sehr beeindrucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Vorbild, ich finde generell den Begriff Vorbild deswegen so schwierig, weil er so ein bisschen impliziert, man soll werden wie ein anderer Mensch. Das finde ich Quatsch. Also jeder Mensch lebt sein ganz eigenes Leben, unterliegt ganz eigenen Einflüssen. Das hat ja auch mit dem sozialen Umfeld zu tun, mit den Menschen, wie man sich verliebt und ich weiß nicht, was nicht noch alles und welche Berufe man wählt. Da gibt es einfach tausend Einflüsse, denen man so unterliegt in seinem Leben. Deswegen finde ich den Begriff des Vorbilds schwierig. Aber ich finde viel spannender so den Begriff des Role Models. Also Menschen, die in bestimmten Lebensbereichen Dinge so machen, dass sie einen beeindruckt haben. Das kann ich schon sagen. Also zum Beispiel habe ich ja mal am Bundesverfassungsgericht gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Winfried Hassemer, einem Frankfurter Strafrechtsprofessor. War auch mal Datenschutzbeauftragter in Hessen und so. Und den fand ich zum Beispiel intellektuell sehr beeindruckend. Also wir haben da in dem sogenannten Dezernat am Bundesverfassungsgericht, also Hassemer und seine vier wissenschaftlichen Mitarbeiter. Das waren damals, als ich da war, tatsächlich alles Männer. Da haben wir eben ganz häufig über neu eingehende, besonders relevante Fälle diskutiert. Und das waren einfach ganz tolle Diskussionsrunden. Und da fand ich es beeindruckend, wie Hassemer das moderiert hat, wie er Fragen gestellt hat, wie er auch zugehört hat. Auch mir so als Greenhorn mit noch nicht mal irgendwie im Jahr Justiz-Erfahrung und so zugehört hat. Also das fand ich ziemlich beeindruckend. Ich fand, mich hat auch mein Praktikum bei einem Hamburger Strafverteidiger oder meine beiden Praktikum und Referendarstationen beeindruckt, bei Gerd Strate. Der hat mich sehr geprägt, würde ich denken, ein Hamburger Strafverteidiger. Aber ja, ich könnte jetzt noch eine Reihe anderer Menschen nennen, die mich in meinem Leben auf verschiedene Weise beeindruckt haben. Auch zum Beispiel unser Pfarrer bei uns im Ort hat auf seine Weise mich sehr geprägt, Rüdiger Weht, der leider auch schon verstorben ist. Also es gibt so, es ist aber jetzt etwas willkürlich rausgegriffen, aber keinen dieser Menschen würde ich als Vorbild bezeichnen, weil deren Leben jeweils sehr anders war als mein Leben. Und trotzdem hatten die Aspekte, die mich sehr geprägt haben und denen ich so vielleicht ein Stück weit nacheifere. Philipp, wie ist das bei dir? Ja, ich überlege das auch die ganze Zeit. Also ich bewundere Leute, die es schaffen, auf gesellschaftlicher Ebene nach demokratischen und freiheitlichen Prinzipien zu leben und ihr Berufsleben zu gestalten, gleichzeitig es schaffen, ein gleichberechtigtes und schönes Familienleben zu organisieren. Also wo sie auch präsent sind und nicht alles nur Arbeit und Geld und Karriere ist und gleichzeitig sich und diesen Werten aber auch treu bleiben, es schaffen, also so einen Mittelweg zu finden zwischen einerseits nicht ideologisch starr zu sein, aber trotzdem seinen Werten treu zu bleiben, so flexibel zu sein und sich aber trotzdem dabei nicht zu verraten. Also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen abstrakt, aber ich empfinde das als eine ziemlich schwierige Lebensaufgabe, muss ich ehrlich sagen, das unter den Hut zu kriegen, dass du dich nicht verbiegst für die Kohle, dass du dir immer in den Spiegel in die Augen gucken kannst, dass du es schaffst, mit deinem Partner, deiner Partnerin ehrlich, offen, Augenhöhe umzugehen und ein Familienleben zu organisieren. Ob das jetzt mit Kindern oder ohne Kinder oder mit anderen Erwachsenen ist oder so jedenfalls Gemeinschaft so dauerhaft organisiert zu bekommen. Und gleichzeitig vielleicht auch noch davon leben zu können, was von dem, was man so macht. Also das finde ich irgendwie erstrebenswert, ohne dass mir jetzt konkret ein Mensch oder so einfallen würde, der das so gemacht hat. Vielleicht noch eine Frage zur Lage direkt, die ich ganz lustig fand. Martin fragte uns ganz bald schon, nachdem wir den Aufruf gestartet hatten zum armer Martin, fragte nämlich, nach welcher Lagefolge hattet ihr das Gefühl, dass euer Format richtig erfolgreich werden könnte, Philipp? Gab es da so einen Moment für dich? Nee. Also da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Also bei mir war das eher so ein Prozess. Also ich habe ja schon das ein oder andere Podcast-Format angefangen und auch das ein oder andere Podcast-Format wieder begraben, weil es nicht funktioniert aus tausend Gründen. Und ich war bei diesem schon recht sicher, dass das eine gute Idee ist und dass das tragen kann. Und wohin das führt, keine Ahnung. Aber das war jetzt ja auch nicht so ein einzelner Sprung oder so, sondern es gab ja so eine konstante Kurve, die dann irgendwie was Abrufzahlen und so und Interesse immer nach oben zeigte. Und ja, also weiß nicht, als dann so erste Spenden eingingen und erste Abos abgeschlossen wurden und so, dachte ich, ja, vielleicht wird das ja was. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich noch sehr genau an die erste Folge, die wir ja irgendwie im März 2016 aufgenommen haben und die so ins Netz gestellt haben. Und dann haben wir die ja zunächst mal über Twitter vor allem verbreitet, über unsere beiden Twitter-Accounts. Und ich weiß noch, Philipp, dass du schon, wir waren da sehr zurückhaltend, so was die Download-Zahlen angeht. Und wir dachten so ein paar hundert vielleicht. Und als dann schon die erste Folge deutlich vierstellig runtergeladen wurde, da weiß ich noch, haben wir beiden irgendwie gesimst oder telefoniert, weiß ich nicht mehr. Und da dachten wir mal, oh, okay, das ist ja doch ein gewisses Interesse spürbar. Und ich würde mal sagen, das hat dann bei mir jedenfalls schon ziemlich einen Optimismus geweckt und auch einen ziemlichen Enthusiasmus für die zweite Folge, dritte Folge und so, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, also wir senden jetzt jedenfalls nicht so völlig in den Orkus und wir reden jetzt nicht die Wand an. Es könnte irgendwie sein, dass sich Menschen dafür interessieren. Das ging eigentlich, also bei mir jedenfalls schon bei der ersten Folge los. Dann Sadia fragt, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich nicht genau weiß, ob die Leute uns jetzt wirklich immer auseinanderhalten können. Also es gibt hier so Fragen, wo ich eher das Gefühl habe, dass es auf mich bezogen ist. Also zum Beispiel mit dem Unterbrechen, also wie ich mich fühle, wenn du mich unterbrichst. Ich habe aber eher immer das Gefühl, dass ich dich unterbreche. Und es gibt die zweite Frage, wie hinterfragt Ulf sich, wenn er damit konfrontiert wird, rassistische Gedanken zu reproduzieren? Fühlst du dich da angesprochen? Weil das ja was war, was ich in der Lage mal so ein bisschen... Stimmt, das war diese Geschichte mit dem Geldautomaten. Ja, mit dem Geldautomaten. Also insofern weiß ich auch nicht so richtig. Also ich finde jedenfalls, ich glaube, das muss man gar nicht auf diesen Rassismus konkret beziehen. Also generell mal finde ich, also ich mache ja bei uns vor allem die Kommentarmoderation und generell mal freue ich mich über jeden Kommentar. Und zwar insbesondere dann, wenn er kritisch ist und konstruktiv. Was mich natürlich nervt sind Kommentare, wo Leute im Wesentlichen uns sagen, ihr seid doch alles Vollpfosten und Rassisten und Idioten. Also das hilft jetzt irgendwie niemandem weiter. Was mir wichtig ist, ist, dass ein Kommentar von einer grundsätzlichen Sympathie für uns und für die Lage getragen ist. Denn ich glaube, sonst kann man auch gar keine konstruktive Kritik äußern, wenn einem nicht ein Format oder die Menschen dahinter irgendwie am Herzen liegen. Und ich meine, wir sind ja auch nur Menschen und wenn jemand da irgendwie so sehr viel negative Energie rüberbringt, dann finde ich das einfach irgendwie schade. Aber ansonsten finde ich jede konstruktive Kritik gut und zum Beispiel, wenn man da mit anderen Sichtweisen konfrontiert wird, dann lernt man ja immer daraus. Manchmal finde ich die Kommentare auch unfair oder was heißt unfair, aber manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, Menschen interessieren sich halt für ein Thema ganz besonders und verlieren so ein bisschen aus dem Blick, dass wir in der Lage eben versuchen, wie soll ich sagen, die Lage Nation umfassend darzustellen. Dann kommt zum Beispiel, wieso war jetzt mein Thema nicht Thema Nummer eins und so. Also zum einen ist gar keine Priorisierung damit verbunden, ob wir ein Thema an erster oder an dritter Stelle besprechen in der Lage. Häufig sind die hinteren Themen ja sogar länger. Und zum anderen ist das eben einfach der Tatsache geschuldet, dass wir verschiedene Zielgruppen ja auch ansprechen wollen. Aber grundsätzlich mal finde ich konstruktive Kritik sehr wertvoll, vor allem wenn man auch das Gefühl hat, dass die Leute eigentlich die Lage mögen. Ich kann das auf eine Art schon verstehen, dass Leute, die sich, weil es eben Rassismus gibt, zwangsläufig seit Jahren mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, weil sie eben Opfer und Objekt von Rassismus sind, dass denen irgendwann die Puste ausgeht. Wenn sie halt zum x-ten Mal Zusammenhang a erklären sollen oder zum 30. Mal erklären sollen, warum dieser und jener Ausdruck verletzend ist oder, 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 dass ich kann das total verstehen. Trotzdem ist es halt so, dass wir sowohl als weiße Männer in dieser Mehrheit Teil des Problems und Teil der Lösung sind. Natürlich sind wir Teil des Problems, weil es diesen Rassismus halt gibt, weil ich zum Beispiel mich auch damit ewig nicht beschäftigt habe, weil ich dachte, wieso, mir geht es doch gut, wo ist das Problem? Und natürlich, wenn man beschließt, Teil auch der Lösung sein zu wollen und dann sich auch als weißer Mann anfängt, damit zu beschäftigen, zu informieren, zu lesen und halt diesen ganzen Mechaniken und Mechanismen auf die Schliche kommt, natürlich steht man da am Anfang und ist an einem Punkt, wo andere Leute schon vor 20 Jahren waren. Und ich kann verstehen, dass das viele total frustriert. Trotzdem ist das halt eine Folge dieser uralten rassistischen Struktur, dass einige eben seit Jahrzehnten oder noch länger sich damit beschäftigen müssen und andere immer noch nicht drauf gekommen sind und wenn sie drauf kommen, halt so ein bisschen bei null anfangen. Und dass es da manchmal hitzig wird und dass da manchmal Leute echt die Geduld verlieren, ich kann das total nachvollziehen. Ich kann da nur um Verständnis bitten, dass wir uns wirklich Mühe geben, uns da reinzudenken, Mühe geben, unsere eigenen Verhaltensweisen zu durchleuchten, Mühe geben, das bei anderen aufzudecken und anzusprechen. Punkt. Ja, ich meine genau wie du das schilderst, Philipp. Und das war jetzt ja sehr spezifisch für dieses Thema Rassismus. Das ist ja was, womit wir uns intensiv beschäftigen, dem wir glaube ich sehr viel Raum einräumen, was wir in der Lage immer wieder thematisieren. Und deswegen sehe ich zum Beispiel die Lage da, wie soll ich sagen, einfach als Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Und deswegen, du hast es ja gerade gesagt, das ist irgendwie verständlich, wenn Leute, die da persönliche Erfahrungen gemacht haben, auch genervt sind. Das kann ich persönlich auch sehr gut verstehen. Auf der anderen Seite würde ich mir halt wünschen, dass man da vielleicht jedenfalls vom Tonfall her irgendwie konstruktiv bleibt. Denn ich meine, was ja glaube ich offenkundig ist, das ist der gute Wille. Philipp hat es gerade auch nochmal gesagt. Also wir wollen da ja versuchen, gerade auch mit der Reichweite, die wir haben, aufzuklären, Menschen die Augen zu öffnen über unser aller rassistisches Alltagsverhalten zum Beispiel. Wie siehst du das, Philipp? Ja, weiß ich nicht. Also mein Fokus liegt eher so ein bisschen auch darauf, selber zu lernen und bei mir selber zu gucken und bei meinem Verhalten nachzuforschen und das gespiegelt zu bekommen und zu sehen, wie verhält man sich, was halten wir für völlig normal, was für Privilegien wir haben. Und dass die Privilegien, die wir haben, in großen Teilen komplett daraus bestehen, aus der Abwesenheit von Problemen. Wir müssen uns einfach mit so wahnsinnig viel Fragen überhaupt nicht beschäftigen. Wir können hier einfach links liegen lassen. Weil sie uns nicht betreffen, kann ich irgendwie rausgehen, kriege ich den Arbeitsplatz vielleicht nicht, weil ich irgendwie anders heiße, werde ich irgendwie angemacht, angeschrieben, weil ich wie aussehe. Das sind alles Fragen, mit denen musste ich mich noch nie beschäftigen. Und das ist so mein Lernprozess, da reinzugucken und zu sehen und diese Perspektivwechsel wahrzunehmen. Und das ist auch mit so banalen Sachen, wenn ich mit Frauen rede, die jetzt 20, Anfang, Mitte 20 sind und die hier, eine Tochter von einer Freundin mit ihren Freundinnen hat hier übernachtet, die gehen durch die Stadt und die kommen zurück und erzählen Dinge, wo mir die Kinnlade runterfällt, wie die angemacht werden, was die sich alles anhören mussten, gegen was die sich alles verteidigen müssen. Das ist für die Alltag. Und das sind so Sachen, wo ich denke, das ist eine völlig andere Welt, in der ihr lebt. Ich habe damit nichts zu tun. Ich muss mich mit diesem Scheiß nicht beschäftigen persönlich. Und das sind eher so meine ersten Schritte, mir gewahr zu werden, dass meine Welt, in der ich lebe, in die ich reingeboren wurde, unglaublich privilegiert ist. Und dass es erst der nächste Schritt ist, zu sehen, dass es halt nicht allen so geht und dass man da für werben muss und selber einfach wahnsinnig viel lernen muss. Punkt. Also mehr kann ich da jetzt eigentlich nicht zu sagen. Ich bin halt in der Lernphase und versuche dann, wenn mir denn was klar geworden ist, vielleicht das in der Lage auch zu benennen. Weil, und das ist zum Beispiel ein Vorwurf, der mir manchmal gemacht wird, auch in anderen Sendungen, die ich moderiert habe, ja, du erzählst ja dann nur von dir. Du erzählst ja dann von deinen Erfahrungen und die Erfahrungen von den Schwarzen beispielsweise, die mit in der Runde sitzen, die kommen erstmal gar nicht vor. Und das kann ich verstehen, das ist so. Aber mein Ansatz dabei ist eben, dass ich es als meine Aufgabe, als weißer Mann, als Angehöriger dieser privilegierten Gruppe sehe, andere weiße Männer anzusprechen und sie auf Probleme aufmerksam zu machen. Und das funktioniert in meinen Augen am besten, indem ich halt von mir erzähle, weil ich vielleicht jemand bin, mit dem sich weiße Männer noch am ehesten identifizieren können. Das ist mein Reasoning dabei und da sehe ich so ein bisschen die Funktion auch der Lage. Na guck mal, so viel vielleicht als für den ersten Block unseres Ask Me Anything, eine gute halbe Stunde Fragen und Antworten. Stay tuned, kann man da nur sagen, bleibt dabei. Wir melden uns in Kürze wieder mit der zweiten Hälfte und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sommer und sagen bis bald. Okay, bis dann und schaltet wieder rein. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.